hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge diesmal wieder von einer challenge zusammen mit einem ls profi und mit dem team hey kai sturm heute geht's los junge letzte zwei kandidaten an die linie bitte stellen du scheiße meis lieber laborin wer ist denn das ich ach so kai sturm bitte in die an die grüne linie an die graslinie stellen beide hey du larry stehst voll vor mir noch ein bisschen weiter vor keine ahnung wie es langlaufen soll ja ich bin gerade weil ich halt die ganze zeit mit meinen freunden schreibt es gibt gerade ziemlich wichtige sachen hier die richtung geschenkt auf drei ist los ok 1 2 3 scheiße was denn jetzt auch ein lauf durchlaufen ich sehe das von oben bin ich eigentlich blöd dass ich komm mal da scheiß radio aus jungen das packt noch rum ja ja junger was das für ein laborin wo geht es denn da weiter ja du sagst du läufst genau da wieder hin wo du schon mal warst ja 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 ich hab dich nicht im auge wie sagst du es denn was denn der läuft durch nicht durch reinlaufen er läuft ja nicht durch rein das stimmt das gibt strafsekunden wahrscheinlich sind die beide dämlich hä 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 häaa erin kommt bitte hier gibt es kein weg du ich alter seid ihr dumm Hier kann man nicht durch! Ach, Wart's denn, ist da bei einer Kraft! Ach, je! Ja! Lass einfach nicht drüber reden, okay? Scheiße! Lass einfach nicht drüber reden! Oh mein Gott! Ich hab grad so'n Run! Ja! Das ist geil, wo der Larry ist! Oh mein Gott, ich hab nen Drescher gefunden! Bruder, ich weiß halt nicht! Junge, ich lauf hier im Kreis! Ja, das von oben ist doch geil! Ja, von oben geht das, weil ich übel scheiße aus! Wollen die mich jetzt grade rollen, oder was? Wo ist eigentlich das Ende? Gute Frage, wo das Ende ist! Hä?! Jetzt ist Chris hier schnell, was ist so unauffällig! Aus deiner Passantenkleidung! Wieso? Nein! Wenn jetzt gleich der Passant hier durch ist! Gut, nächstes war Strafsekonen! Warum Strafsekonen? Achso, weil Chris hier so inkompetent ist! Oh mein Gott, ich bin gleich am Ende! Wie läuft der Larry mir eigentlich die ganze Zeit hinterher? Wer weiß! Oha! 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 Ja, perfekt! Komm, Digga! Ey, wer findet so ne Scheiße! Junge! Ja, das ist so geil von oben! Er ist halt schon wieder diese... Oha! Oha! Oh! 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 Ich hab... Also Chris, das war knapp bei dir jetzt grad! Ja! Ja, komm! Jawohl! Leider, dass Chris zweimal da durchgelaufen ist, kriegt er vier Sekunden mehr drauf! Das ist ein Reh! Hat Chris die drei Minuten vierzig! Und ich? Oh nee! Ja! Der Typ hab ich geschlafen! Äh, nein! Drei Minuten dreiundzwanzig! Und wie viel hat der Chris gaming? Drei Minuten vierzig! Achso! Junge, wie langsam machst du die Krücke, Alter? In der Zeit hab ich noch geschlafen! Also eigentlich drei Minuten sechsunddreißig, aber dadurch, dass er zwei Minuten da durchgelatscht ist... Selber schuld! Also! Dann... ...würde ich mal gerne... ...euch bei den... ...Links und rechts neben mir haben! Ja! Pfff! Ok... ...Wenn sie... 1 Oh warte ich muss die Hose runter haben 3 Oh mein Gott Ich bin auch sowas Ihr seid das falsche Geschlecht ansonsten Okay So gehst du also fremd Ja normal weißt Ja 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 Kein Problem Und Chris haben gewonnen Mach dir nix draus Du hast eine Challenge schonmal gegen mich gewonnen Es war Ich muss sagen es war wirklich knapp Das Ding ist nach der ersten Challenge War es 8 zu 8 Wann guck dir her Für beide Ja beide hatten 8 Ach du Scheiße Das heißt der wo hier gewonnen hat Hat dann insgesamt gewonnen So du Larry Was müssen wir noch sagen Ich würd sagen Weil du verloren hast Musst du wo die B Hey mein Server kackt mal komplett ab Ich weiß Digga ich übertreibe komplett In den ganzen Ding Was macht die denn Alter ich hab 100 im Eis Digga 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 Grizig irgendwie macht die Ich hab die Ransom Freistahl Frohe Weihnachten Wir müssen eigentlich Wir müssen alle Karl Sturm Wir müssen alle gleichzeitig Frohe Weihnachten sagen Ja Doch du sollst frohe Weihnachten Ansonsten Zeig das deine Freunde Erst du mir Ein Floater Bares Jo Hallo Kann ich auch die Hallo kannst du ja bitte Oh 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 Gomm er ja Ich hab einen Fehler gefunden bei der Als dahinter Junge Die Hose sieht ein bisschen aus Hättest du dich voll geschossen So meine lieben Freunde Das war's dann mit den Challenges, also wir wünschen euch frohe Weihnachten und ja vielleicht will noch einer was loswerden von euch. Gute Bescherung, ja Chris, ich wünsche euch einen Fahrrad und Chris wünscht sich einen Fisch und Kai Sturm wünscht sich eine gute Nacht. Was heißt immer noch, Kai Stahl, ja? Nee, Kai Stahl. Kai Stahl, so. Ich hab ne neue Firma aufgemacht. Schöne Weihnachten und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Frohe. Weihnachten, gute Bescherung und schlagt alle Chrissy Gaming, perfekt. Tschüss und ciao. Ciao.